Yo Leute, herzlich willkommen hier im NFT Crypto Games Channel. In diesem Video stelle ich euch die Prime XBT Handelsplattform vor. Momentan lässt sich hier auch 14% APY auf Kryptowährung verdienen, deshalb relativ interessant. Ihr könnt euch hier über den Registrierbutton anmelden. Ich habe das Ganze schon gemacht, bin auf der Plattform schon aktiv. Wir checken ganz kurz mal rein. Wenn ihr angemeldet seid, sieht das Ding so aus. Für die Anmeldung braucht ihr eigentlich nur E-Mail-Adresse. Ihr müsst den Prozess einmal kurz durchmachen. Das ist ein Standarddurchlauf und dann seid ihr drin. Ich wechsle hier jetzt noch einmal in die Main-Übersicht. Ihr seht, es gibt auch am Anfang, wenn ihr neu reinkommt, einen Willkommensbonus. Wenn ihr einen bestimmten Betrag einzahlt, dann bekommt ihr 50 Euro als Bonus. Der Betrag liegt aber, ich glaube, bei über 1000 Euro. Also das macht nur Sinn, wenn ihr hier richtig aktiv seid in der Plattform. Mit ein paar Euros könnt ihr hier eigentlich den Bonus nicht bekommen und sonst auch nichts machen. Aber die Plattform ist, wie gesagt, sehr interessant, weil zum Beispiel habt ihr hier Analysemöglichkeiten. Ihr kennt ja so die allgemeinen Trading-Charts. Ihr könnt euch hier verschiedene Trading-Paare anschauen. Die Preise, ihr wisst ja Bescheid, wie sowas aussieht. Jetzt schauen wir uns zum Beispiel einfach mal den Litecoin an und US-Dollar. Dann sehen wir hier den Verlauf einfach. Das ist hier quasi der letzten 15 Minuten. Lässt sich ja jeweils umstellen. Das hier sind jetzt die letzten vier Stunden. Und ihr bekommt hier eure Trading-Paare, eure Wahl, also die, die ihr wollt. Natürlich, was hier auch interessant ist, sind die Contests. Also es gibt immer Weekly Battles. Das heißt, es wird einfach getradet und wer dann am meisten tradet, der bekommt die Belohnung mit 5000 USDT. Ich sage mal, das ist was für Daytrader, also für Leute, die auch wirklich im Daytrading unterwegs sind. Außerdem sehr interessant sind natürlich hier die Yield-Ansätze bzw. die Yield-Farms. Aktuell die APY-Sätze für ETH 0,55%, USDT 4,14%, USDC 1,78%. Also 4,14% auf ein Stablecoin ist ja schon eigentlich relativ interessant. Da könnt ihr hier klicken. Ihr müsst natürlich immer bestätigen. Ihr kennt das. Und dann könnt ihr auch hier mit, sagen wir mal, ich mache einfach mal ein Beispiel, ja mit 100 oder 1000 oder wie viel ihr auch immer zur Verfügung habt, reingehen. Und dann würdet ihr 4,14% Zinsen quasi, also APY, Annual Percentage Yield, bekommen. Aber ich mache das jetzt nicht. Ich habe hier auch momentan noch gar nichts einbezahlt. Für mich ist die Plattform auch relativ neu, aber ich wollte sie euch einfach kurz vorstellen. Neben diesen Yield-Farms gibt es hier auch die Copy-Trading-Möglichkeit. Da bin ich ehrlich gesagt auch noch nicht so wirklich fit, was das Ganze angeht. Aber es gibt hier auch eine Community, worüber man sich dann einfach austauschen kann und hier auch Erfahrung sammeln kann. Also Copy-Trading ist für mich eigentlich noch weniger interessant. Margin-Trading habe ich schon gemacht, zum Beispiel auch über KuCoin. Also es gibt ja verschiedene Optionen, sowas durchzuführen oder auch Binance. Und das ist dann auch so ein bisschen mit einer Hebelwirkung hier natürlich verbunden. Und für euch am Anfang interessant ist einfach das Main-Trading. Also dass ihr einfach hier eure regulären Coins kaufen könnt, anlegen könnt. Vielleicht ist die Plattform ja für euch interessant, weil warum ich auch mehrere Plattformen, Exchanges und Dexes verwende, ist einfach um das Risiko auch zu streuen. Weil ihr wisst, überall kann Hacking immer mal wieder vorkommen. Das ist ein Riesenthema. Die Plattformen sind eigentlich sehr gut abgesichert, aber trotzdem fange ich einfach an, ein bisschen zu verteilen und ein bisschen zu streuen. Deshalb bin ich auch immer wieder auf der Suche nach neuen Plattformen. Was hier auch interessant ist, also neben dem Dashboard kann man natürlich sich hier eigene Affiliate-Links kreieren. Den werde ich euch auch unten in die Beschreibung packen. Also wenn ihr euch hierfür interessiert, dann würde ich euch bitten, über meinen Link reinzugehen. So kann ich natürlich auch profitieren. Und ihr könnt euch, wenn ihr hier angemeldet seid, auch eigene Affiliate-Links kreieren. Dann könnt ihr euch hier auch Berichte anzeigen lassen. Das heißt, wenn ihr über verschiedene Assets handelt, dann wird euch hier einfach der ganze Verlauf angezeigt. Das ist zum Beispiel auch interessant für Steuererklärungen zum Beispiel. Einstellungen. Hier lässt sich allgemein so für den Account einiges einstellen. Das könnt ihr dann aber nach euren individuellen Vorlieben machen, wenn ihr hier dabei seid. Ganz wichtig, was wirklich, was ihr überall machen solltet. In jeder Plattform die Zwei-Faktor-Authentifizierung müsst ihr eigentlich überall aktivieren, damit ihr sicher seid. Das geht über den Google Authenticator. Das ist eine App auf dem Handy. Könnt ihr auch in dem Play Store einfach danach suchen. Google Authenticator. Dann findet ihr die und aktiviert das einfach in allen euren Portalen. Hier einfach aktivieren auf diesen Button, klicken die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Ich mache das jetzt nicht, weil da seht ihr schon meinen geheimen Schlüssel quasi, den ich brauche. Aber wenn ihr hier dann klickt, könnt ihr das machen. Und ich empfehle euch das für alle Plattformen. Also wirklich überall, wo es möglich ist. Schraubt die Security hoch und vor allem die Zwei-Faktor-Authentifizierung immer aktivieren. Wahnsinnig wichtig. Genau. Also jetzt habt ihr die Plattform hier gesehen. Wir checken auch noch mal ganz kurz auf die Seite, weil was ist hier noch interessant? Die haben auch Forex-Währungen, die haben Rohstoffe, Aktienindizes und auch noch weitere Möglichkeiten, einfach zu handeln. Also das ist nicht unbedingt auf Krypto-Trading beschränkt und deshalb auch sehr wichtig oder ja, einfach interessant. Niedrige Gebühren. Da kann man hier sich aber auch in der Übersicht dann nochmal selber einfach informieren, was die Gebühren angeht. Und wichtig ist auch, dass es einen 24-7-Support gibt. Und ja, globale Märkte, das haben wir gerade gesehen. Hier ist einfach einiges möglich. Wie gesagt, Forex-Rohstoffe, Indizes, das sind so diese drei großen Säulen neben Kryptowährungen. Und ja, so verlinke ich euch das Ganze unten in der Beschreibung. Das heißt, wenn ihr Interesse habt, checkt einfach PrimeXBT. Wie gesagt, ich kann es euch empfehlen. Ist mir schon mehrfach begegnet. Kenne einige Leute, die da auch unterwegs sind. Deshalb diese Empfehlung hier von mir für euch auf meinem Channel PrimeXBT. Leute, ich wünsche euch einen schönen Tag und vor allem viel Erfolg beim Krypto-Trading.